So, hallo ihr Lieben. Ich habe mal wieder ein Video mit so angefangen, weil ich dachte, das ist heute ein Video, was genau zu diesem alten Klischee von mir passt, dass ich nämlich jeden Clip mit so anfange. Ich sitze mal wieder in meinem Keller. Eigentlich hatte ich für heute geplant, so einen kleinen Vlog zu machen. Wir sind früh aufgestanden und wir waren dann in einem Tierpark und auf dem Weg dahin, waren wir kurz am Legostore. Wir waren JB Spielwaren besuchen. Zum ersten Mal war ich da, super nette Leute da, super schöner Laden, sehr sympathisch und gut eingerichtet. Auch die Lage ist super. Ist auch nur 35 Minuten von mir entfernt. Werde ich sicherlich noch mal hingehen. Ich habe mir mein sechstes Lego Set gekauft, was ich selber habe. Man mag es kaum glauben, es war wirklich das sechste, was ich für mich selber gekauft habe. Ich handel ja mehr mit Lego und baue seltener, das wisst ihr. Ich habe natürlich mehr Sets. Die Kinder schenken mir mal was, die mögen Lego und meine Frau schenkt mir das. Das passt schon. Aber für mich selber gekauft war es das sechste. Aus dem Vlog ist aus verschiedenen Gründen nichts geworden. Ich kränke ja immer noch ein bisschen, weswegen ich im Moment so viel zu Hause bin und ich hatte die Nacht nur dreieinhalb, vier Stunden geschlafen. Die Kinder waren auch nicht gut drauf. Oskar hat schon im Legostore Randale gemacht. Also wir haben drei Tassen gefüllt, einfach weil ich so eine VIP-Bag noch mal wollte. Und ja, da mussten wir alles vom Boden aufhängen. Dann ging es noch mal hin und her. Und auch bei JB Spielwaren, ich hätte gerne ein paar Bilder gemacht. Ihr habt das Mock von Sir Percival gesehen, was da steht. 1A wirklich. Also ich freue mich richtig. Ich habe auch darüber gesprochen. Von denen sind auch ein paar auf der Messe im Herbst entfehlen. Da haben sie mir auch noch mal den Flyer mitgegeben. Und da werde ich sicherlich die Jungs noch mal wiedersehen. Wahrscheinlich werde ich aber vorher noch mal da hingehen. Aber ja, aus diesem Block oder Tagesablauf ist nichts geworden. Auch die Tassen, dadurch, dass sie dann auf dem Boden gelandet sind, aufgefegt sind, dann einfach alles wieder rein. Wir haben verdammt viel Luft gekauft. Die werde ich jetzt auch nicht zeigen. Die werden sortiert, kommen teilweise in den Store. Teilweise behalten wir die dann für die eigene Sammlung, die Sachen, die da drin sind. Mir ging es hauptsächlich darum. Ich wollte noch eine dritte von den VIP-Typen haben. Deswegen war ich da. So viel also zu dem Thema, warum dieser Blog nicht gekommen ist, den ich wollte. Ich sehe euch echt aus wie ein gegossener Pudel. Ich komme gerade aus der Dusche. Kinder schlafen gerade erst. Und zwar, worüber ich reden wollte, ist erstmal Wahnsinn. Ich habe gesehen, wir haben heute 1.100 Abonnenten erreicht. Das finde ich wunderschön und das macht mir Spaß. Und ich wollte jetzt heute in dem Video noch mal darüber reden. Erstmal, was uns jetzt die nächsten Wochen erwartet und was sich definitiv ändern möchte, was mir nicht gefallen hat und was mir gut gefallen hat. Erstmal, was mir gut gefällt, ist natürlich, wie viele Zuschauer wir haben. Und wir haben so zwei Lager. Die einen sind die, die bei mir was bestellt haben und mal interessant finden, so dieses Hintergrundwissen zu haben. Und viele schreiben mir auch, sie haben zwar nie vor, Bricklinken ein eigenes Store zu machen, aber dieses Bestellungen, Packen, das Sortieren, zu gucken, wie das hier organisiert ist, das gefällt denen. Und deswegen haben die abonniert und gucken zu. Und dann gibt es natürlich das zweite Lager, die mich gerne anschreiben. Hey, so Set-Analysen mehr wären super. Oder warum kaufst du welches Set? Und so deine Partout-Value-Analysen. Und mehr soll ich diese Daten wollen? Wie viele Umsätze? Und wie viele Verkäufe? Und das sind so die zwei Lager, die wir im Moment hier haben. Und das finde ich gut. Ich mag jeden Zuschauer. Ich antworte auch jedem, egal worum es geht. Aber darauf komme ich dann gleich noch mal zu sprechen. Aber das gefällt mir super, die Resonanz und wie das hier gewachsen ist. Und auch mit den ganzen Leuten drumherum. Ich habe jetzt gleich auch noch ein paar Steine einzustellen. Ich werde dann noch ein paar Videos von den netten Kollegen gucken, die ich noch nachholen möchte. Also das gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Wir gehen jetzt auf ein Jahr zu. Ich habe ja immer gesagt, ich werde ein Jahr lang ausprobieren, wie das hier läuft. Und nach diesem Jahr werde ich für mich selber Revue passieren lassen. Wie gut lief das? Weil die Vorgaben waren ja, ich investiere zwei Stunden pro Tag. An die Vorgabe musste ich mich halten. Oft war es weniger. Einfach weil ich habe ja meinen 48 Stunden Arbeitszeit die Woche. Das ist, ich habe ja meinen Vertrag und diesen Nebenjob noch, diesen Zusatzvertrag. Und das heißt, da bleibt dann natürlich mit den Kindern, der Frau und dem Haus nicht mehr als zwei Stunden Zeit am Tag. An die Vorgabe musste ich mich halten. Und die zweite Vorgabe war, ich gebe kein Geld aus. Das heißt, wir haben 500 Euro ausgegeben. Von den 500 Euro, ich sitze gerade davor, das seht ihr jetzt nicht, habe ich mir meine ersten sechs Sortierkisten geholt. Und ein Gebrauchtkonvolut und sechs, sieben Sets. Und dann war es das. Und mit diesen 500 Euro habe ich gearbeitet. Und alles, was ihr in meinen Videos seht, ist von diesen 500 Euro bezahlt. Beziehungsweise hat sich dann refinanziert durch Skalierung, die ich hier gemacht habe. Also der Shop hat sich autonom betrieben und der Store. Und das habe ich gesagt, mache ich mindestens ein Jahr. Und dieses Jahr ist jetzt am 27. oder 28.7. nächsten Monat, also fünf, sechs Wochen noch, ist dieses Jahr rum. Und dann habe ich gesagt, dann entscheide ich mich nach einem Jahr, möchte ich dieses Business weiterführen oder sage ich, ja, das war ein schönes Hobby. Und dann gibt es halt die Möglichkeiten, ich höre auf, weil ich sage, nach einem Jahr, es macht mir keinen Spaß. Ich mache genauso weiter. Das heißt, ich lasse es so klein wie jetzt und das soll sich selber finanzieren. Oder ich reinvestiere nochmal nach. Und dann ist jetzt so diese Sache, was mir viele auch geschrieben haben. Ja, Dennis, hör mal, du hast jetzt aus 500 Euro, das kann ich schon mal vorwegnehmen, der Inventarwert, nur was eingestellt ist, ist jetzt ungefähr bei 15.000 Euro. Und dann sind ja noch ein paar tausend Euro Lego-Wertsätze. Das ist der Wert. Das ist ja nicht das, was ich verdient habe oder sonst was, sondern das, was Bricklink sagt. Und die Preise sinken von einigen Steinen und sie steigen von einigen Steinen. Nur diese Relation, hier liegen keine 15.000 Euro. Es ist wahrscheinlich viel weniger. Einfach, weil manche Steine länger drin sind, ich die Preise nicht aktualisiert habe. Aber das ist so der Wert, den Bricklink als Inventarwert angibt. Und da ist dann jetzt die Frage, oder ich kriege dann auch die Frage, ja, Dennis, guck mal, aus 500 Euro hast du jetzt so viel gemacht. Was wäre denn gewesen, wenn du 10.000 oder 15.000 oder 20.000 Euro genommen hättest? Oder denkst du da nicht oft drüber nach oder sonst was? Dann kann ich sagen, es hätte keinen Unterschied gemacht, weil ich am Limit bin. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt, noch im Winter, ich, also relativ früh des Jahres, vielleicht war es auch schon Frühling, habe ich ja ein paar Mal, na, grieß hoch, dieses Mondneuers-Festival gekauft. Da habe ich ja auch ein Review-Video zu gemacht, zum Partout-Value, wie ich das analysiere und warum ich das gekauft habe. Und das lag jetzt drei, vier Monate hier rum, weil ich ja einfach gar nicht die Zeit habe, neben den Bestellungen packen, alles auszupartner und einzustellen. Das heißt, ob ich jetzt am Anfang für 500 Euro Lego gekauft habe, was ich jetzt habe, in etwa waren ja noch die Kleinteile-Magazine dabei. Sagen wir mal, ist ja egal, aber für diese kleine Summe X gekauft habe, selbst wenn ich diese Summe verfünffacht hätte, hätte ich, weil ich das hier ja nur als Hobby betreibe und deswegen meine Umsätze sind ja auch nicht riesig. Ich zeige ja alles, was ich einnehme. Es ist ja nicht so, dass ich jetzt 10.000 Euro Umsatz im Monat mache. Also wir hatten auch Monate, da waren wir dreistellig, also im Bereich irgendwo zwischen 100 und 999 Euro. Also wir erreichen auch nicht jeden Monat vierstellig. Es ist ja wirklich nur ein Hobby hier. Und hätte ich für 50.000 Euro Lego und Material gekauft und den Raum mir vom Tag 1 an zugeballert, hätte ich zeitlich trotzdem nicht mehr Steine einstellen können, während ich sie verkaufe, eben weil ich limitiert auf diese zwei Stunden am Tag war. Und da kommen wir dann jetzt auch zur allerersten Änderung, die ich demnächst machen werde. Da bin ich im Moment ein bisschen in Verhandlungen und am Überlegen. Und ich lasse mir jetzt auch noch die acht Wochen Zeit dafür, das zu überlegen. Aber in der Theorie und wenn alles so läuft, wie ich mir das vorstelle, werde ich anstatt 47 Stunden die Woche ab dem 1.8. oder 1.9. nur noch 32 Stunden die Woche arbeiten. Einfach aus dem Grund, wir haben das Haus vor drei Jahren gekauft und es kam noch ein Neuwagen, dies und das. Und ich war ja Alleinverdiener. Die Elternzeit geht jetzt langsam vorbei. Das heißt, ich kann mir sehr guten Gewissens leisten. Könnte ich schon lange, aber ich arbeite halt gerne, ein bisschen mehr Zeit zu Hause zu verbringen. Und meine Idee war jetzt dahinter, ich bin jemand, der sehr gerne arbeiten geht, dass ich gerne dann in meinem zweiten Jahr probieren möchte, wie das dann laufen würde, wenn ich dann von diesen 15 Stunden, die ich an Zeit gewinne, weil ich halt meine Stunden reduziere und den Nebenjob weglasse, wenn ich von diesen 15 Stunden pro Woche acht Stunden dann mehr hier verbringe. Das heißt, mein Ziel ist dann nicht mehr 14 Stunden, sondern so zwischen 20 und 25 Stunden die Woche für Bricklink hier unten zu verwenden. Und das dann zumindest einmal für ein halbes Jahr, weil ich werde dieses Jahr definitiv das so steuern und so klein halten, dass ich 2023 die Option habe, in der kleinen Unternehmerregelung zu bleiben. Und dann dürfte ich ja nächstes Jahr mehr machen, könnte darauf das Jahr in die Regelbesteuerung wechseln. Das werde ich aber dann auch im Herbst, in der Zeit, wo ich dann meine Hauptarbeitszeit reduzieren werde, mit einer Steuerberaterin klären. Ich weiß, ich habe das jetzt einmal angesprochen, dann kommen wieder fünf Kommentare. Ja, wie machst du das mit dies, das und jemals? Nochmal, ich habe keine Ahnung, wie ich das mache. Ich bin in der glücklichen Situation, dass es mir gut geht, dass ich mir darüber wenig Gedanken machen muss und meine steuerlichen Sachen, das heißt, ich mache meine Buchhaltung selber, ich führe alle meine Belege, hebe die auf, aber die Steuer am Ende, da kriege ich Hilfe bei. Und sollte ich aus dieser Einnahmenüberschussabrechnung-Regelung rausfallen, werde ich mir auch mehr Hilfe holen. Das heißt, ich werde mir nicht die Mühe machen, all diese Feinheiten mit Umsatzsteuervoranmeldung oder sonst was zu lernen, weil das ist ein Ausbildungsberuf, den Leute, ich weiß nicht, ob die eine dreijährige Ausbildung machen, studieren oder ist ja auch egal, aber ich werde mich da im Herbst mit jemandem zusammensetzen und wenn ich das finanziell schaffe, mich soweit zu vergrößern und die Zeit dafür habe und die Umsätze dann genauso skaliert auch mitsteigen, ist es ja auch kein Problem, dann kann ich das von dem Job bezahlen oder von dem Business hier und am Ende ist es mir dann auch egal, das habe ich schon mal erwähnt, für mich ist das ja ein Hobby und ich sehe das wie früher im Fußballverein, ich habe 16 Jahre Fußball gespielt und da musste ich auch meine Mitgliedsbeiträge bezahlen, die Trikots haben Geld gekostet, die Ausrüstung, Fußballschuhe, die Fahrten und so weiter. Das heißt, ein Hobby kostet Geld, wenn es dann soweit ist, dass ich dann jemandem dafür Geld gebe, weil er mir meine Umsatzsteuervoranmeldung und die ganzen Sachen drumherum macht, dann ist das für mich, ich rede mir dann ein, das ist für mich wie so eine Art Mitgliedsbeitrag für mein Hobby, weil ich das hier unmöglich liebe und mit Leidenschaft dabei bin und ich hoffe, das merkt man. Also das ist die Änderung, die dann uns erwartet, nachdem wir das eine Jahr Revue haben passieren lassen, dann ist es möglich, dass im nächsten Jahr, also ab dem 1.8. für die nächsten zwölf Monate, ich den nächsten Schritt gehe und versuche mit diesen besagten Stunden mehr die Woche und gucke dann, was in einem Jahr ist und wenn mir das dann in einem Jahr, wenn das weiterhin so gut läuft und sich entwickelt und das nicht irgendwie ausgebremst wird oder ich den Spaß verliere, das ist ja auch noch so ein Punkt, ich hatte ja kein Risiko dabei hier und ich werde auch nicht irgendwie 20.000 Euro nachinvestieren, aber vielleicht ein bisschen, wenn ich größer werde, vielleicht lasse ich aber auch so laufen, wie gesagt, keine Entscheidung gefallen, alles nur theoretisch, aber dann werden wir auf jeden Fall, wenn das so läuft, wie ich das jetzt plane, die nächsten zwölf Monate könnt ihr mich dann dabei begleiten, wie das dann läuft, wenn ich anstatt zwei Stunden pro Tag, vielleicht dann regelmäßig vier Stunden pro Tag hier unten arbeite. Das werden wir dann sehen, wie das dann passt, vielleicht wird es auch sechs Stunden am Tag, vielleicht auch nur dreieinhalb, ich habe mich noch nicht entschieden, aber ich werde mir wieder eine Regel setzen, damit ich eine Gleichmäßigkeit da reinfriege. Das ist das eine, das heißt, es wird auf jeden Fall passieren, dass hier dann mehr passiert, dass das alles größer wird, weiter ausgebaut wird, dann werden wir vor Probleme gestellt werden, wo kriegen wir den Platz her für die 14 Quadratmeter, wir haben jetzt knapp 130.000 Steine, werden wir natürlich irgendwann dann auch mehr Platz brauchen. Das sind dann alles Dinge, wo ich schon viele Sachen im Hinterkopf habe. Ich habe schon zwei, drei Alternativen, die theoretisch funktionieren, aber wo noch nicht sicher ist, dass sie wirklich funktionieren. Aber auch da werde ich dann erst im Herbst, wenn ich mit Steuerberatung alles gesprochen habe, meine Analysen durch habe, das Jahr wirklich Revue passieren lassen, erst dann werde ich mich darum kümmern, wie lange wir noch hier unten bleiben können oder ob wir den Raum behalten und einfach noch einen zweiten Raum. Hier hinter der Wand sind ja noch zwei Räume, oben ist noch ein Raum frei oder zwei Räume frei. Theoretisch haben wir noch Richtung Garage Platz, das heißt, wir können uns ja auch hier ausbreiten oder was ganz anderes. Lasst euch überraschen, es sind auf jeden Fall zwei, drei Ideen, die da sind. Das also zum Geschäft hier, da wird definitiv ab Herbst mehr passieren und was Größeres passieren. Oder es wird auf jeden Fall größer werden, weil dafür lief das Jahr zu gut, als dass ich in dem Tempo weitermachen werde. Ich werde definitiv die Zügel anziehen. Dann das Zweite, was ich ansprechen wollte, ist der YouTube-Kanal. Ich habe ja in der Einleitung schon mal so diese zwei Lager erwähnt, die ich habe und ich kriege dann wirklich viele Nachrichten von der einen Seite. Ja, ich würde wirklich gerne mehr diese Analysen sehen. Ich habe ja solche Videos gemacht, um Beispiel zu nennen, von dem Set, was ich eben gesagt habe, dass ich einfach am Computer saß und dann wurde da so ein bisschen langweilig mit Daten jongliert oder zum Bonsai-Baum habe ich das gemacht. Ich kann euch die Videos ja nochmal verlinken, dass ich dann einfach mal die Steine durchgegangen bin. Was haben die für ein Part-Out-Value? Oder ich habe jetzt zum VIP-Wochenende gesagt, das steht jetzt an, die und die Sets lohnen sich, die und die Coupons könnt ihr mitnehmen, also so Einkaufstipps gegeben. Und das sind natürlich Sachen, die Gruppe 2, also die Leute, die bei mir einkaufen und einfach nur mal so sehen, was steckt denn hinter so einem kleinen Einzelunternehmer-Brickling-Store, die interessiert das natürlich nicht, mit diesen Zahlen zu jonglieren. Und ich persönlich bin jemand, ich habe da auch ein paar Leute abonniert und da denke ich mir dann manchmal, boah, jetzt kriege ich sechs Push-Up-Benachrichtigungen pro Tag und die Videos interessieren mich nicht und von sechs Videos interessiert mich nur eins. Und das ist ein bisschen schade. Und da komme ich dann jetzt auch zum Punkt, dass ich einen neuen YouTube-Kanal erstellt habe, wo jetzt aber noch kein Video ist. Da werden jetzt viele sagen, oh ja, hier, aber du hast doch gerade die 1000 erreicht. Ja, ich habe mich natürlich auch für diese Monetarisierung beworben. Schweres Wort, wenn man so viel redet. Aber das wird jetzt natürlich noch dauern. Das dauert jetzt drei, vier Wochen, dann kriege ich so eine PIN, die muss ich dann eingeben, meine Adresse bestätigen, die Steuerinformation angeben. Da muss ich dann auch nochmal dies und jenes gucken. Und natürlich könnte ich jetzt sagen, weil wenn ich einmal angemeldet bin, ich könnte jetzt jeden Tag so ein langweiliges Analyse-Video hochladen, 500 von euch sagen, boah, der nervt jetzt aber mit seinen langweiligen Analysen. Und wenn wir mal ehrlich sind, diese Analysen am PC sind zwar für die Bricklink-Händler interessant vielleicht, aber die meisten anderen interessiert es nicht. Und ich will einfach nicht die Leute nerven. Mir geht es ja hier auch nicht ums Geld. Und ich weiß auch, dass all diese Videos, wo ich dann Sets analysiere oder Review-Videos, also solche Sachen, die die meisten nicht interessieren, möchte ich auf den anderen Kanal aussourcen. Und mir ist klar, dass ich dann dafür keine Werbeeinnahmen kriege. Das ist mir aber egal. Darum geht es mir nicht. Mir geht es darum, dass ich dem Publikum, was ich hier habe, nicht auf den Geist gehen möchte mit Content, der sie nicht interessiert. Und deswegen, weil diese Themenfelder so weit auseinander sind und ich Spaß an diesen Videos machen bekommen habe, möchte ich das aufteilen. Das heißt, wir haben hier den Kanal Brick here. Der bleibt so, wie er jetzt ist. Das heißt, ich werde hier meine Bricklink-Vlogs machen. Ich werde meine Publos machen. Das heißt, ich packe eure Bestellungen, beantworte eure Fragen, die ihr zum Thema Bricklink habt. Ich werde Reviews machen, die mit Bricklink zusammenhängen. Zum Beispiel, ihr habt ja vielleicht in meinem letzten Video gesehen, dass ich bei zwei netten Kollegen ein paar Teile bestellt habe. Da baue ich ein richtig schönes Schloss-Mock von Rebricable nach, mit Teilen, die ich auf Bricklink eingekauft habe. Ich habe euch ja schon gezeigt, wie ich die Teile eingekauft habe. Und wenn ich dieses Mock aufgebaut habe, werde ich euch das vorstellen. Werde dann auch sagen, welche Teile sind ein bisschen teurer und schwerer zu beschaffen. Was sind Basisteile, die ihr bestimmt zu Hause habt. Und dann werde ich nochmal hinter diese Mock-Vorstellung nochmal eine Erklärung hinterher schieben. Wie könnt ihr denn diese Einzelsteile über Bricklink bestellen? Wie ist es am leichtesten für euch vielleicht in euren eigenen Bestand erst zu gucken? Wie habe ich es gemacht? Und solche Reviews, die dann bezogen auf Einkaufen auf Bricklink sind, werden auch auf diesem Kanal hier sein. Dazu die davor genannten Sachen, wie die Vlogs, Pablos und was wir jetzt hier schon so haben. Und auch, wenn ich selber mit meinen Kindern die Stadt weiterbaue, werde ich euch, ich habe ja es zweimal gemacht, weil die Stadt steht im Moment auf dem Dachboden. Das kann sich auch noch ändern. Das heißt, wir bauen von Mai bis September, Oktober bauen wir nicht. Deswegen habe ich nie wieder gezeigt, wie es in der Stadt weiterging, weil wir uns nicht bei dem Wetter auf den Dachboden setzen und Legosteine bauen. Oder nur ganz selten mal bei einem schlechten Tag. Aber diese Sachen, die ihr jetzt schon hier kennt, die werden weiter auf diesen Kanal kommen. Aber diese Sachen, die für mindestens die Hälfte uninteressant ist, wie solche wirklichen Set-Analysen, die ich gerne mache, dass ich euch, wenn Events anstehen, wie das VIP-Wochenende, dass ich im Vorfeld nochmal sage, wo könnt ihr Coupons kriegen, welche Sets lohnen sich, auf was müsst ihr achten, wie funktioniert es mit Schub, solche Sachen. Also wirklich Part-Out-Value-Analysen, wenn neue Themenwelten rauskommen, dann, ich wurde auch gefragt, was sind denn deine Watchlisten, das heißt Sets, die ich auf dem Schirm habe. Ich habe also Listen mir selber angelegt, für mich, wo ich dann für mich weiß, okay, dieses Set will ich noch haben, aber erst ab Preis X. Und dann kann ich euch das sagen, die und die Sets beobachte ich. Und das ist ja, ich habe jetzt keine Reichweite von 50.000 Bricklink-Händlern. Das heißt, mir ist das egal, hier gucken wir vielleicht 100, 200 andere Bricklink-Händler mal zu. Und wenn wir dann alle dieses Set 5 mal kaufen, wir sind ja alle klein und die Großen gucken mir nicht zu, weil die lernen von mir nichts, dann überfluten wir den Markt da nicht. Das heißt, ich gebe ja keine Geheiminformationen weiter, wo ich dann Verlust mache oder sonst was, aber es interessiert halt viele andere Zuschauer nicht. Und deswegen kommen diese Analysen auf den zweiten Kanal, den ich gemacht habe, den verlinke ich euch auch unten. Und dann könnt ihr nämlich selber entscheiden, interessiert euch diese ganzen Zahlen-Junglierereien. Auch so Umsatzvideos, wie viel Umsatz mache ich dies und das. Den normalen Zuschauer, der einfach sehen will, wie der Store aussieht, interessiert das nicht. Viele gucken sich einfach gerne, weil es entspannt diese Pack-Videos an. Aber diese ganzen Zahlen und Analyse-Sachen kommen dann auf den zweiten Kanal. Genauso wie, ich habe ja vorhin gesagt, ich habe mein sechstes Lego-Set jetzt. Und das liegt nicht daran, dass ich ungern baue oder sonst was, aber ich baue gerne andere Hersteller. Und auch meine Mox von Rebricable, wenn ich die mal nachbaue, mir tut es nicht weh, wenn da ein Stein von einem alternativen Hersteller drin ist. Das habe ich aus dem Kanal bisher immer rausgehalten. Und der Zweitkanal ist für mich dann eine wunderbare Gelegenheit, einfach Sets von anderen Herstellern, die ich wunderschön finde, einfach vorzustellen. Und wenn da nur zehn Leute zugucken, der Kanal ist ja eh nicht monetarisiert im Moment. Wenn das dann irgendwann ist, okay. Aber selbst dann ist es mir egal. Das soll dann ein Zweitkanal sein, wo ich schabernackt treiben kann. Und auch vielleicht, meine Videos sind ja qualitativ nicht hochwertig. Ich mache ja One-Takes ohne Schnitt. Aber da kann ich dann noch mehr schabernackt treiben. Ich kann euch dann irgendein Haus hinstellen. Oder von mir aus kann ich euch auch zeigen, was ich für eine tolle Holzeisenbahn wäre. Ihr wisst, was ich meine. Ich kann Videos hochladen, die nicht jeden interessieren. Und die, die sich für diesen Brickcare, Bricklink-Store interessieren, können die auf dem Kanal verpassen nichts, aber werden dann nicht genervt von diesen Push-Up-Benachrichtigungen. Und ja, wie schon gesagt, ich weiß auch natürlich, ich könnte jetzt sagen, einmal Monetarisierung angemeldet. Ich kann Abonnenten verlieren, die Werbeinahmen kriege ich, bla bla bla. Mir geht es ja nicht ums Geld. Ich will einfach den zweiten Kanal machen, um die Dinge zu machen, die mir Spaß machen. Und um mein Publikum hier nicht mit diesen Analysen zu langweilen. So kann sich nämlich jetzt jeder dann aussuchen, möchte er den zweiten Kanal abonnieren oder nicht. Ich werde immer mal wieder natürlich auf diesen Kanal dann auch einen Verweis auf den anderen Kanal machen, wenn ich denke, dass ich da was habe, was interessant sein könnte. Aber ob ich das Video hier oder da hochlade, das ist jetzt auch nicht irgendwie, weil ich geldgierig bin oder so, oder weil ich die Hoffnung habe, ein zweiter Kanal gibt mehr Geld. Es läuft über das selbe Google-Konto. Und ob ihr das Video auf dem einen oder in dem anderen Kanal guckt, die Werbeeinnahmen wären ja die gleichen. Ich lade ja die Videos trotzdem nur einmal hoch und nicht auf beiden Kanälen in der Hoffnung, es wird zweimal angeklickt. So einen Quatsch mache ich natürlich nicht. Also die Videos werden wirklich natürlich strikt getrennt sein. Und mir ist das egal, wenn der Kanal, der zweite, nie monetarisiert wird. Ich werde da so ein bisschen Spaß haben. Vielleicht mache ich dann darüber auch mal so einen verrückten Livestream spontan oder so. Aber da kommen dann Videos hoch, die auch mal abseits von Bricklink und Lego sind. Und da kann ich ein bisschen Schabernack treiben und dann halte ich das hier so ein bisschen, nennen wir es mal Sorten rein. Genau, das waren eigentlich so die zwei Dinge, die ich ansprechen wollte. Habe ich jetzt schon wieder sehr lange gequatscht. Ich habe euch hoffentlich wieder Timestamps reingetan. Manchmal bin ich ja ein bisschen faul. Und wollte ich dir noch was erzählen? Ich bin so ein bisschen durcheinander. Ich fand es schade, dass das mit dem Blog nicht geklappt hat. Aber Familie, ihr kennt das ja, Kinder sind nicht immer gut drauf. Und dann würde ich sagen, höre ich dir jetzt auch auf zu quatschen. Auf dem zweiten Kanal ist natürlich noch nichts oben. Aber die Videos dafür sind schnell produziert, weil ich gehe dann auf die Lego Webseite, gucke mir die Sets an, sage euch warum und wieso, weshalb finde ich das gut. Erkläre dann, oder ich gehe auf eine andere Webseite und erkläre euch, wie ich diese Webseite benutze, um Preise zu vergleichen, um Daten, Verlaufdaten zu bekommen. Und ja, zwischendurch wird dann auch mal ein Review von einem anderen Set kommen. Ich habe zum Beispiel gerade eins von einem alternativen Hersteller, was wunderschön ist, wo mir der Bau Spaß gemacht hat. Aber es passt architektonisch einfach in nichts von dem rein, was meine Kinder bauen. Und deswegen werde ich das auch auseinandernehmen. Und ich habe hier meinen kleinen Lagerbestand an Alternativhersteller-Steinen. Und dann werde ich euch zu dem Zeit auch ein schönes Review machen. Und dann werde ich das Part outen. Und dann kommt das in meine Steinekiste für die Mox, die ich baue. Weil ich habe natürlich auch einen Bereich an Steinen, der komplett getrennt von Brickknicker ist, den ich hier rausgelassen habe. Und ich habe wenig Zeit zum Bauen, wie ihr wisst. Aber zwischendurch baue ich mal was Schönes. Und all diese Sachen werdet ihr dann auf dem zweiten Kanal sehen können. Und dann hoffe ich nämlich, dass das Unterhaltungslevel, was ja hoffentlich da ist, auf diesem Kanal hier, auf diesem Niveau hier bleibt. Über meiner Pläte. Merkt ihr das? Eieiei, da gehen die Jahre. Aber ich habe auch meinen Friseurtermin verpasst. Aber das ist jetzt ein bisschen off-topic. Muss ich mal gucken, wann ich die Jahre abkriege. In dem Sinne bedanke ich mich. Wer Interesse hat an den ganzen Analysen und dem Quatsch, kann gerne den zweiten Kanal gucken. Und dann hoffe ich, dass wir ab 1.8. ein bisschen mehr Zeit hier unten verbringen. Ein bisschen weiter wachsen. Und ich sage mal, das Sky ist the Limit, oder? Ich würde sagen, bis wir der größte Bricklink-Store in Deutschland sind, haben wir noch was vor uns. Die Jungs von Brick-Extreme. Grüße an die. Bei denen habe ich damals meine erste Bestellung und Bewertung gemacht. Wegen denen ihre Bewertung konnte ich überhaupt meinen Store machen. Ich glaube, die sind mit welche der größten. So einen Lagerbestand werde ich natürlich hier nie aufbauen. Ich will alleine bleiben. Aber ja, jetzt lasse ich euch wirklich in Ruhe. Vielen Dank. Und bis zum nächsten Video. Hier oder auf Ich habe es Brick-Care Reviews genannt. Kreativ.